Jo, weiter geht's mit unserem Lieblingsspiel. Sind Sie verrückt? Während der Show? Schreiben Sie einen Brief! So, der Opa kriegt die Zeitung. So, der Opa kriegt die Zeitung. So, der Opa kriegt die Zeitung. Blubb und bla und blubb und bla. Mann, 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 ist das ein Gelaber hier. Blubb. Blubb, 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 blubb. Ja. Komm, Opa, jetzt Schluss hier. Komm, Opa. So, wir können jetzt nicht zu Sophia rausgehen, weil dann kommt der Opa nämlich zurück. So, hier muss man dann ein bisschen rumprobieren. Ja, da ist wieder Schicht im Schacht. So, und das Knöpfchen. So, hier muss man dann ein bisschen rumprobieren. Ja, jetzt können wir uns wieder eine Moralpredigt anhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das lasse ich jetzt natürlich laufen, damit ihr das mal komplett seht, das Spiel. Auch wenn ich der Meinung bin, dass ihr das alles schon kennt. Dr. Iberman. Spezialis für Atom. Ach ja, hier in dem Spiel gibt es, wie ihr im Blog auch schon gesehen habt, drei Wege. Weg Team, Weg Faust und Weg Denk. Ich weiß noch nicht, ob ich alle drei Wege euch einmal zeigen werde. Glaube aber eher nicht, weil sonst ist das auch einfach zu umfangreich. Ich weiß aber noch nicht, welchen ich nehme. Ich tendiere lieber zum Weg Team, weil ich da so die Zwischensequenzen cooler finde. Weg Faust sind die Sequenzen inzwischen eigentlich recht behämmert. Was im wahrsten Sinne des Wortes? Ja. Ja, komm, steck rein, das Ding. Ich bin böse. Ich bin böse. Ich bin böse. Mein Gott, ist das ein blödes Blabla. Ich bin böse. Ja. Ich bin böse. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020